Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 3. Ich hatte gerade irgendwie 5 im Kopf, weil ich auf 5 schon länger warte. Kurze Info voran, auch wenn es für euch nicht unbedingt interessant ist, ich nehme jetzt mal wieder mit einem anderen Programm auch vor was mit Fraps. Jetzt versuche ich es einfach mal mit dem Open Broadcaster allein, weil es für mich praktischer ist. Und ich glaube, qualitativ sollte das bei der Grafik nicht den allergrößten Unterschied machen. Wenn doch, dann schaue ich mal. Dann nehme ich es vielleicht nochmal neu auf oder ich habe Pech gehabt oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Es ist schon jetzt wieder 1, 2 bis 3 Wochen her, dass ich gespielt habe. War vielleicht nicht die beste Idee. Aber gut, wir schauen. Immerhin habe ich den richtigen Speicherstand geladen. Wir haben Abend, das heißt, wir sollten wohl in die Stadt gehen. Habt ihr irgendwas zu sagen? I heard Fukas teacher, Mr. Koda, got in a lot of trouble. It must have been because of Mitsuru Senpai. Scary, huh? Beware the power of Kirijou. Achso, ja genau, da war ja was. Wir hatten Fuka gerettet, die nachts in der Schule eingesperrt war und deswegen in Tartarus rumgegert ist. Und ihr Lehrer hatte offensichtlich die Schülerinnen, die sie dort eingesperrt haben, gedeckt. Also, hat halt verheimlicht, dass die damit was zu tun haben. Mitsuru und Yukari are on the 3rd floor, getting Fukas room ready for her. They're cleaning it up, you know, dusting and mopping. They said they'd call us if there were any cockrushes that need to be killed. Waaah, ich drehe mich. Gut, dann gehe ich so lange in die Stadt. Haa, tschüss. Und sie ist auch bei uns eingezogen, beziehungsweise sie wird bei uns einziehen. Wie alle, die zu unserem Team gehören. Tschüss, dann schauen wir mal, die Polonia mal. Waaah, mal die denn. Polonia mal, Polonia mal. Da, aber die Polonia. Es ist auch schwer zwischen zwei Sachen, die eine rauszufinden, zu der wir möchten. Befolgt Leva und so. Wer bist du? Another victim of those mysterious incidents was founded Geku-Kan. Since the victim was at the front gate, that must be the scene of the crime. After all, if the victim had been attacked somewhere else, then carried to the front gate, why would the culprit do such a thing? The reasoning doesn't add up. Anyway, there's a high probability that Geku-Kan itself is involved in all of this somehow. Wow. Danke, Miss Hobby-Detektivin. Finde ich super, dass du mir das erzählst. Ähm. Wir sind involved in unserem Status aus. Äh, nicht Equip-Status. Status. Ich glaube, wir gehen Courage hoch, äh, pushen, 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 weil das wollte ich ja eigentlich von Anfang an machen, aber ich habe den Controller außerdem in die andere Richtung gedrückt und ich bin auch noch ins falsche Haus gerannt. Oh Gott, ich gehe wieder raus. Dead Risen. Uts, uts, uts. So. Man muss dann auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, wenn man das normal, äh, so ein, zwei Wochen nicht gespielt hat. Also ich meine, hier geht's ja noch, hier muss man wenigstens, äh, die Steuerung nicht so richtig beherrschen. Aber bei manchen anderen Spielen ist es, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. You feel people looking at you. Is this an effect of a coffee? Yes, your Charmer has increased because fuck you, that's why. It's getting late. You decided to go back to the dorm. Oh, alrighty. Ah, ein leckerer Kaffee. What will you do? Ich werde gerne... ...study. Das mit Fukan muss echt relativ kurzfristig gewesen sein, da wir, also kurz vorher, weil wir mit 25 Tage noch haben. You have decided to study. Your academics has increased. You are feeling sleepy. You have studied in a photonite. Ah, okay. Das hört sich doch... Na gut, kann man das nicht nennen, aber es hört sich nach... ...dennach an, als hätte man was getan. ...dunkle Stunde. You've prevailed yet again. But it's funny. It doesn't seem so certain, considering the vast potential within you. As a matter of fact, your power seems to have changed quite a bit. Hey, if you don't mind, can I be your friend? I'm very curious about you. Is that okay? Ja, von mir aus... Klar, was ist dein... Wie heißt du? Äh, wer immer. Ja, wie heißt du, mein Junge? Name? Oh, I see. I need a name. Seltsame Menschen. Seltsame, seltsame Menschen. Mein Name ist... ...Pheros. Hört sich an wie Pokémon. You may call me that if you wish. Okay, Pheros. Oder Sträflingsjunge. A mysterious voice rings in your head. Hallo, mysterious card. Thou shalt have a blessing when thou chooses to create a Persona of the Death Arcana. Also, jetzt haben wir auch die Todesroute quasi freigeschaltet. You've established a new social link. Jawohl, sehr schön. Da freut man sich doch nicht, wa? It's getting late. So I'll go now. Mhm. I'm already looking forward to our next meeting. Als hätte man so ein Date. Ist doch schön. Du bist doch völlig unzuverlässig. Oh Gott. Yes, you can depend on me. Even though I'm a bit out of practice, I will soon return to my prior form. Das ist schön. Also jetzt haben wir noch jemanden weiteren, das heißt, wir müssen jetzt am Anfang immer aus wie wir mitnehmen, weil wir zu viele für unser Team haben. Klar ist das Ende vor der Reihe. Jawohl. Schön. Achja. Was sagst du dazu? Ich mag Schuhe. Was? I'm glad there won't be a full moon for a while. But still. I can't help thinking about it. Ich werde bloß kein Werwolf. Was willst du? Well, I've checked out all the girls and man there are some hotties. Ja, das stimmt. Aber wie ich schon mal gesagt habe, die gehören alle mir. Ihr kriegt keine einzige. Und wenn ich die alle sammeln muss und irgendwo in nem Keller oder so. Oh Gott. Hab ich nicht gesagt. Na, was sagst du dazu, Shihiro? Would you like to spend some time with her after school? Ehm. Okay. Ehm. Ja. Möchtest du gerne mit mir nach Hause gehen? Ja. Ja. Warum antwortest du nur auf ja mit ja? Ich weiß es doch nicht. Einmal kurz das Ohr gekratzt. You feel your relationship growing stronger as you spend time with Chihiro-chan. Ich finde auch schön, wenn die Bibliothekarin im Hintergrund einfach nur rumsteht und ihr einen Computer anstatt. Uuuuh. Your cell phone is ringing. Ring ring rang. those Flatsch click sweet. Steven. Hello. This is Elithabeth. I am calling to inform you of a change in Tardurus. I believe a path that was blocked is now open. I thought you would like to know. I wish you a safe journey. Phone call has ended. Alter, wie groß ist dein Laptop, beziehungsweise wie klein ist sie? Wie nehmt ihr grad mal das halbe Polster ein? Der Laptop ist doppelt so bereit wie ihre Beine. Wie kann ich dir helfen? Ja komm, erstmal muss ich hier mit. Wir breiten Masse reden, hallo breite Masse. Furuka wasn't supposed to come here until Sunday afternoon, but she really wanted to join us. I'm glad she wants to be part of the team. I'm looking forward to the next mission. Okay, das ist schön. Ja, und so. Na du. Oh, Mr. Ecuador's punishment. Well, there are some things in life you don't want to know about. This is one of them. Okay. Habt ihr ihn geköpft? Kann gehen. Hi, I'm Trish, with today's entertainment of who's who. Today's subject is a man in his 30s, with sunglasses and long hair that reaches to his back. When I asked what he did for a living, he became upset. Why might that be? Next is news. Pain, pain, go away. Gut. Also, no, vielleicht sagt sie das auch normal, aber ich glaub nicht. I guess all the talk about Fuka being sick wasn't true. At first people were saying she was absent because she was being bullied. But then they started saying she was really sick. Strange, huh? She seems pretty healthy to me. Alter, fragst du doch selber. Was machst du da? I heard Fuka's teacher, Mr. Okoda, got in a lot of trouble. It must have been because of Mitsuru Senpai. There we are. Das hatten wir grad schon. Aber ich hab's trotzdem mal vorgelesen. Und ich möchte nochmal mit Fuka reden. Na, Fuka-chan? Äh, talk. Ähm. Gerade mal ganz kurz verschluckt. Ähm, it's nice to see you again. They said I couldn't move in on Sunday, but I decided to come a little earlier. I wanted to begin helping you all as soon as possible. But I didn't even have time to pack, so I don't have anything with me. Du stinkst! How can I help you? Check everyone's status. Everyone is okay today. Es reimt sich. Nee, danke. Ähm. Dann geht man einfach mal nach Tartarus. Mir ist im Übrigen beim Folgentexte schreiben aufgeschrieben. Das ist beim Folgentexte schreiben aufgefallen. Meine Güte. Das quasi jede zweite Folge ist. Ja, wir gehen zu nach Tartarus. Ja, wir gehen nach Tartarus. Und nochmal. From now on Yamagishi will support us and I'll take part in the exploration. I've also decided that I'll allow you to select the members of your battle party. I realize that this is a big responsibility, but I believe you can handle it. Ja. Okay. Sie übernehmen die Mitsukus Senpais Platze. Dann nehmen wir dich mit. Let's go! Ja, ich hab es. I won't let you down. Tja. Weil du mir irgendwie auf den Sack gehst, Junpei. Und, äh, dann schauen wir mal. Mitsu und ich benutzen im Übrigen dieselbe Waffe. Der All-36. Der All-36. Der All-floor. Der All-Floor. Ach. Jukeri hat immer noch ihr, ähm... Freizügigeres Outfit an. Das ist doch schon mal sehr schön. So. ja ich weiß nicht was ich gerade machen wollte woran ich gedacht habe so testen wir direkt mal die gute mitsubo aus player advantage agi nein ich wollte ja den venus eagle persona pyrojack der sieht doch schon mal ganz gut aus und skill come here magi sonnig punch ok das ging vergleichsweise schnell du hast einen plan raus aus meinem team ich will keine routine im plan haben so warum habe ich überhaupt hp also ich habe hp gewonnen quasi max hp gewonnen ok ich habe aufgelevelt der rest ist egal ich schaue mich noch ein bisschen um weil das geht vorsicht aber das war nicht so gut aber okay nicht so gut gelaufen und da stehen wir wieder du blöde kuh erste aktion liegt auf die fresse und ich habe die eigentlich rausgenommen ich habe die eigentlich raus genommen weil reingenommen meine ich weil jumpin jetzt ständig auf die fresse fällt und das erste was dir einfällt nur ein gegner übrig das hat sich voll gelohnt das hat sich voll gelohnt mhm 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 gehe ich noch gehen wir da lang dann können wir nämlich von hinten her wischen surprise buttsecs mit einem schwert ad hocke what the fuck was soll die kacke Das war genau so geplant So Elektro 4 Enemies left Pyro Jack Jawoll, auf die Phrasen Sehr schön Alter, was macht die im Vergleich für den Damage? Der macht irgendwie 60 und die ist irgendwie bei 100 Milliarden mindestens Na, geht's da noch weiter Ja, unglaublich Unglaublich, wie es da weitergeht Das hat sich total gelohnt Ich über die Musik immer so ein bisschen mitwippen So, da, 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 da So, ab und die Ecke hoch da So, und dann müsst ihr gleich Abast, sondern It's becoming unobstructed Diese Dinger, die da stehen, sehen im Übrigen extrem aus wie Knochen Also wie irgendwie so Fingerglieder Irgendwas, Teile Okay Okay So, wer sollt ihr denn? was könnt ihr überhaupt ihr kriegt einfach mal maagi drauf einfach mitten in die fresse da ok hat nicht allzu viel gebracht also hat er seinen sonik hund daneben na dann hat immer noch kein ma 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 links bums kann er fast den controller weg kriegen das machen wir jetzt alles die kann ihre hüfte aber ganz schön verlagern ey meine fresse und was können die noch mal sonic punch sehr schön das ist gut marien karin marien karen phantom arzer has been charmed genau scheiß drauf was mir gerade gesagt wurde weißt du da hat mir noch gesagt ja garo ist voll effektiv auch ich kann garo lass mich mit meinem fall drauf schließen weil der fliegt ja auch durch die luft und damit quasi durch den wind und das ist voll super naja dann war da ach verdammt ach hau doch zu du spacko die haben eine verblüffende ähnlichkeit mit halko haben die eine schwäche also stark gegen strike bin ich ganz sicher ich hab schon weg gegen licht und gegen sie auch aber das ist doch mal eine blöde kuh also blöde kuh alter machen wir gleich so eine menge damage personalelele was kann die überhaupt ich hätte vielleicht vorgucken sollen was sie kann egal was sie kann sie sind toll aus in ihrem ballett kostümchen da mit dem flügelchen sehr sehr schön danke junge dame oku ist das jetzt will ich haben ich habe es nicht verfolgt bekommen doch chimera jawoll sehr schön eine neue persona ja 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 ja